Hallo meine Lieben und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Ja, mein Name ist Patrick Kallert und ich bin Lehrer für Gesundheitsfachberufe. Was werdet ihr heute hier erwarten? Zunächst einmal möchte ich gerne ein frohes neues Jahr wünschen. Ich hoffe, ihr seid alle gut in 2024 angekommen. Und ich würde gerne heute mit euch einmal einen Ausblick anschauen. Was erwartet euch hier auf meinem Kanal in diesem Jahr und was habe ich so zukünftig geplant? Zunächst einmal ist nun die generalistische Pflegeausbildung ja an Start gegangen in 2020. Ich habe eine komplette Ausbildung jetzt durcherlebt. Oktober 2020 ist unser erster Kurs gestartet. Oktober 2023 ist der Kurs im Examen gegangen und beendet. Jetzt sind schon wieder neue Kurse auch am Start. Ja, was ich persönlich halte von der generalistischen Pflegeausbildung, möchte ich gerne das wieder zurücksetzen und dass wieder die Altenpflegeausbildung, Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegeausbildung regelrecht an den Start geht oder möchte ich das System mit der Generalistik so belassen? Ja, hier habe ich mir diverse Gedanken zugemacht und würde gerne ein Video dazu machen, wie mein erstes Fazit ausschaut bezüglich der generalistischen Pflege. Ja, da wird ja viel diskutiert und auch viel Kritik dran geübt. Es soll eh eine Evaluation stattfinden der neuen generalistischen Pflegeausbildung. Ja, und hier möchte ich gerne ein Feedback dazu abgeben, wie das so für mich gelaufen ist und was ich davon so halte. Ja, denn der zweite Aspekt ist es ja nun jetzt auch die operationstechnische Assistentenausbildung und anesthesietechnische Assistentenausbildung an den Start gegangen, also verstaatlicht. Hier habe ich geplant, ein Interview zu gestalten mit der Schulleitung der ATA- und OTA-Ausbildung. Was gibt es so Neues an der verstaatlichten Ausbildung? Warum ist es so gut, dass die Ausbildung nun verstaatlicht ist? Vorher ist sie ja zertifiziert worden nach der Deutschen Krankenhausgesellschaft, nach der DKG. Jetzt ist die OTA- und ATA-Ausbildung auch ein Stück weit reglementiert worden, vereinheitlicht worden und obliegt der regionalen Landesschulbehörde, also dem Schulamt. Die haben die Aufsicht und die haben letztendlich dann auch die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die OTA- und ATA-Ausbildung entwickelt. Ja, hier habe ich geplant, mir einmal anzuschauen, wie schaut denn eigentlich die theoretische und praktische Ausbildung der OTA- und ATA-Ausbildung aus? Wie ist sie strukturiert? Wie ist es curricular aufgebaut? Also in der Generalistik sprechen wir ja von curricularen Einheiten. Hierzu hatte ich ein Video gemacht. Ich verlinke es hier oben einmal, wie die theoretische Ausbildung in der Generalistischen Pflege aufgebaut ist. Ja, das würde ich ganz gerne für die OTA- und ATA-Ausbildung auch umsetzen. Ja, dann gehen dieses Jahr die ersten OTAs und ATAs ja in die Prüfung. Also werde ich mir die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung einmal genauer anschauen und die praktische, die schriftliche und die mündliche Prüfung und welche Besonderheiten da drin sind, einmal mir anschauen und ein Video zu vermitteln. Und auch praktische Tipps geben, was kann man Gutes tun, um diese Prüfung entsprechend dann auch zu bestehen. Ja, des Weiteren plane ich natürlich jetzt auch eine Reihe umzusetzen, eine Reihe, die ich gerne Wissenkompakt nenne. Ich habe jetzt mehrere Wissenkompakte schon umgesetzt zum Thema Salutogenese, Angst und Panikstörung, Suizidalität habe ich schon umgesetzt. Und hierzu sollen natürlich auch weitere folgen. Und da in der generalistischen Pflege und sowie auch bei den OTAs und ATAs auch der psychosoziale Aspekt immer in Prüfung auch mit vorhanden ist, werde ich hier auch Prüfungsthemen zu anbieten, die entsprechend dann abgeprüft werden. Bei den OTAs und ATAs habe ich jetzt schon im ersten Überblick festgestellt, dass der psychosoziale Bereich, also berufliches Selbstverständnis, Belastungssituationen im beruflichen Kontext, primär in der mündlichen Prüfung eine Relevanz spielen. Auch in der generalistischen Pflegeausbildung ist es ja so, dass in der mündlichen Prüfung auch das berufliche Selbstverständnis auch entsprechend geprüft wird. Ja, und hier werde ich dann mal so ein paar Prüfungsthemen entsprechend als Video dann auch aufzeigen. Ja, wenn dein Interesse geweckt ist und du Bock drauf hast, dich damit auseinanderzusetzen, du vielleicht auch jetzt in der Ausbildung dich befindest und Antworten zu Fragestellungen haben möchtest bezüglich der OTA-Ausbildung, ATA-Ausbildung oder der generalistischen Pflegeausbildung, bist du bei mir herzlich willkommen und eingeladen, dir meine Videos anzuschauen. Ja, falls du es noch nicht getan hast, abonnieren, ganz klar, gar keine Frage, den Kanal, um eben halt nichts zu verpassen, um dir eben halt weitere spannende Videos anzugucken.